Gibt es einen Neubeginn? Kommt der nochmal wieder? Sind die Energien so, dass man sagt, okay, da tut sich was, ja, da geht jetzt was, aktuell in der Kollektivenergie ja eh so ein bisschen positiv alles, dass man sagt, jetzt greife ich nochmal an, jetzt grätsche ich nochmal rein. Wie schaut es in seiner Energie aus? Was sieht man da in Bezug auf, wird es den Neubeginn geben, kommt der nochmal wieder zurück? Ist da ein Revival in Sicht und in diesem Liebestarot, in diesem Liebesorakel, schauen wir uns das auch mal gemeinsam jetzt an heute, wird spannend. Ich hoffe, es geht euch gut, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich habe ja gesagt, ich verlose eins von meinen schönen Kartendex, ja, also hier das Heart & Soul nochmal, wo auch mein Gesicht als männliche Hauptperson drauf ist, unter all denen, die unterm letzten Video kommentiert haben, die sind jetzt auch eigentlich alle schon in meinem Topf. Wir werden jetzt mal gucken, wer hat denn da gewonnen? Wer ist der oder die glückliche Gewinnerin? Kim R., jetzt habe ich es gelesen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kim, zu dem Kartendeck, ich freue mich, melde dich bei mir, schreib mich an, ich brauche natürlich deine Adresse, wo ich das hinschicken kann und dann bist du schon die glückliche Besitzerin von so einem schönen Kartendeck. Es ist wirklich schön geworden, hat ja auch fast ein Jahr gedauert, bis es jetzt auch zum Verkauf steht und ich verschenke es natürlich auch hier. Also auch, siehst du es, schon wieder vergessen, mein Handy leise zu machen, das heißt, weil ich so dämlich bin, verlose ich jetzt gleich noch eins. So, machen wir doch noch, hauen wir doch nochmal einen raus. Also, ich schenke dir ein Lennomar-Kartendeck, 56 Karten, wunderschöne, viele Zusatzkarten dabei. Wenn du hier kommentierst, Abonnent bist und ein Like da lässt, kommst du morgen in den Lostopf hinein und vielleicht gehört dieses wunderschöne Kartendeck ja dann auch dir. Ich habe nämlich vom Verlag einen Karton voll bekommen, weil die auf Amazon irgendwie schon wieder ausverkauft waren. Ha, also hier exklusiv bei mir. Ja, wir wollen mal in die Energien reinschauen. Was sieht man denn da so schönes? Ja, gibt es da einen Neubeginn? Das ist ja immer die große Frage, wenn es darum geht, mir ist die Partnerin weggelaufen, dir ist der Partner weggelaufen, vielleicht ohne Grund, vielleicht hat er gar nichts gesagt, vielleicht ist Funkstille. Und da ist natürlich die Frage da, ja, wird das jetzt nochmal was oder nicht? Hä, was ist hier eigentlich los? Na, da wollen wir mal schauen, was ist denn da so zu sehen? Fühlt er das, was er sagt, falls ihr ein Gespräch hattet? Wie geht es in ihm vor? Das wollen wir natürlich jetzt mal gucken. Ich hoffe natürlich, wir haben jetzt genug Akku. Kann sein, dass ich wieder nicht gecheckt habe, dass mein Akku schwach wird, aber das macht nichts. Ich kann den ja dann auch austauschen. Na, machen wir live und in Farbe, da könnt ihr auch mal sehen, wenn der Patrick technische Schwierigkeiten hat. So, und da haben wir auch schon ein Bild, wir haben eine schöne Dekoration. Das ist natürlich auch der Stein. Ach so, der Stein, den ich natürlich nicht von der großen Pyramide von Gysi mitgenommen habe. Das würde mir hier niemals einfallen. Da gibt es ja noch mehr davon. Da sind jetzt schon Bilderrämchen da, sobald das irgendwie fertig ist und schön hin dekoriert ist, verlose ich natürlich auch das hier am Kanal. Also abonnieren lohnt sich sowieso. Da gibt es ja bei mir immer schöne Sachen zu gewinnen. Zu kaufen gibt es bei mir nichts. Ich verkaufe nichts. Ich verkaufe keine Steine. Ich verkaufe keine Wunscherfüllungseier. Ich verkaufe auch keine Wunscherfüllungskarten. Bei mir gibt es nichts zu kaufen. Ich verschenke Dinge. Also, wir wollen mal gucken. Ich habe den guten Mann eigentlich jetzt schon mal hier rausgelegt. Ja, wir wollen jetzt mal in der Energie schauen, was gibt es da für Informationen in Bezug auf das Thema Rückkehr, das Thema Neubeginn. Und da bitten wir jetzt mal um Auskünfte, um Informationen. Was ist los in Bezug auf einen Neubeginn? Wie ist seine Energie in Bezug auf dich? Und da wollen wir jetzt mal ein paar Informationen haben. Also, meine Lieben, wir wollen schauen. Lucke, Lucke, Lucke. So, was haben wir da als erstes? Ein Buch. Das ist ja das Schöne an meinem Kartendeck. Da gibt es das geschlossene Buch und es gibt auch das offene Buch. Also, in diesem Fall das geschlossene Buch. Das heißt, ja, ein Kapitel ist geschlossen. Da ist irgendwas zu. Das kann natürlich jetzt auch durchaus bedeuten, dass du gerade in der Situation bist und sagst, ja, er hat mich verlassen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, hat dich vielleicht auch irgendwie sitzen lassen. Und er hat das Kapitel geschlossen. Aber wir wollen ja bei ihm in die Energie reinschauen. Also, es geht hier schon mal erst mal darum, dass er dieses Kapitel erst mal für sich geschlossen hat. Kann eine Affekthandlung sein. Kann im Streit passiert sein. Kann natürlich auch sein, dass die Luft raus war. Und warum ist Luft raus? Weil nicht beide in die Matratze der Beziehung hineingepustet haben. Wenn nur einer pustet, ist irgendwann die Luft raus. Also, es kann viele Gründe haben, warum dieses Buch geschlossen ist. Du wirst es bei dir und deinem Wunschpartner wissen. In diesem Liebesorakel kann ich dir auf jeden Fall sagen, in der Energie, jetzt hier erst mal oben allgemein, kann man schon sehen, dass für ihn irgendwie gerade das Thema ist, das geschlossene Kapitel. Ja, also, es ist ja auch vielleicht schon mal ein guter Hinweis, dass dieses Thema noch in seiner Energie zu finden ist. Weil, ja, wenn du ihm egal bist, wenn er seinen Weg geht, wenn er Party macht, Poolparty, Disco, mit Kumpels saufen gehen usw., dann würde das wahrscheinlich das Thema hier jetzt auch gar nicht mehr auftauchen. Ja, und wir haben hier noch die Würfel. Ist auch gerne mal die Karte für eine Unsicherheit, ja, wenn man sich bei was nicht so ganz sicher ist oder wenn da noch eine Entscheidung aussteht. Wenn in Bezug auf das geschlossene Buch, kann ich mir vorstellen, dass er da noch nicht so ganz sicher ist, ist das Buch jetzt eigentlich geschlossen oder nicht. Da steht vielleicht auch noch eine Entscheidung aus seinerseits, zu sagen, ja, das ist jetzt definitiv zu für mich, das kann weg, ich möchte jetzt nach vorne gehen, möchte andere Frauen kennenlernen, ja, aber aktuell scheint es da ja keine zu geben. Wenn er sich immer noch Gedanken über dieses geschlossene Buch, über das geschlossene Kapitel macht in diesem Liebestarot, kann ich dir auf jeden Fall sagen, es ist noch Thema. Es ist noch Thema bei ihm, dass er hier sagt, also diese Entscheidung, dass dieses Buch komplett geschlossen bleibt, ist noch nicht gefallen. Ich sage es dir immer, ich habe ja auch schon hier und da mal Beziehungen beendet, aber danach ist es natürlich auch erst mal anders, dass er eine Umstellung, eine Umgewöhnung, wenn man auf einmal wieder alleine ist, wenn man Single ist, seine Sachen selber macht, abends auf der Couch alleine sitzt, mit niemandem mehr schreibt abends und so, das ist auch für den, der Schluss macht, der, der verlässt, der kann das auch nicht immer so einfach wegstecken. Also kann ich dir hier schon sagen, da ist einer noch nicht so ganz sicher, ob dieses Kapitel denn nun wirklich zu ist. Also wir wollen mal schauen. Vielleicht haben wir ja hier wieder so einen stolzen Gockel, der sagt, ja, ich habe es jetzt zwar beendet, das tut mir jetzt auch irgendwo leid, aber ich kann ja jetzt nicht wieder zurück. Wie schaue ich denn da aus? Wie stehe ich denn sonst da? Von daher gibt es hier auch alles. Leider viel zu oft, meine Lieben, wo ich dir sagen kann, da ist ja einer stur und da hatte ich schon den Esel in der Hand, aber der ist jetzt nicht rausgehüpft, da ist einer dann irgendwo auch zu stur, um zu sagen, ja, ich habe Mist gebaut. Ich bin der Schuldige, es tut mir leid, ganz, ganz schwer über die Lippen zu bringen, so ein Wort, so ein Satz heutzutage. War früher auch mal alles anders, ne? Wer so in meinem Alter ist, so Mitte 40, oh, jetzt habe ich mein Alter verraten, der weiß, dass das früher alles immer anders war. Da hat man sich auch mal bei seinem Gegenüber entschuldigt. Na, das war überhaupt nicht schwer. Heutzutage super schwer. Ist auch merkwürdig. In dieser komischen, schnellliebigen Zeit geht es natürlich jetzt hier in der Trennung in Bezug auf eine Rückkehr, ob die stattfinden kann, immer noch um Entscheidungen. Also die Würfel, eh so eine Entscheidung steht aus. Der Weg natürlich eine Entscheidung, die er trifft, einen Weg, den er geht. Entweder ohne dich, mit dich, mit dir, also mit dich, mit dir. Also kann man hier schon sagen, in Bezug auf dieses geschlossene Kapitel, das ihr da miteinander habt, ist noch sehr, sehr viel in der Waage. Also da, denke ich mal, hat er sich noch nicht so ganz entschieden. Bleibt dieser Schinken da jetzt zu? Oder mache ich den Schinken wieder auf? In diesem Orakel sehe ich schon, oder spüre ich auch schon, da ist der, wie sagt man denn da? So, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, da ist der, der Groschen ist noch nicht gefallen. Nee, das ist ein anderes Sprichwort. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ja, nicht vergessen, in die Kommentare etwas schreiben, vorzugsweise was Liebes. Und dann bist du auch schon im Lostopf drin, für das schöne, tolle Kartendeck morgen. Dann denken, Gewinnspiel läuft, kommentieren, abonnieren, liken. Und dann bist du in meiner Müsli-Schüssel. So, bitte noch eine Karte. Wir wollen jetzt mal schauen, wie schaut es denn eigentlich dann weiter in ihm aus momentan? Das ist die aktuelle Energie. Und da haben wir einen Fuchs. So, ja, der Fuchs, das kann jetzt mehrere Sachen sein. Es ist Luk, Betrug, Hinterhältigkeit, Falschheit und so weiter. Der Fuchs ist natürlich auch ein schlaues Tier, wenn man so möchte, ein scheues Tier. Aber wenn der Fuchs fällt, weiß ich schon auch immer, da läuft irgendwas falsch. Und das ist natürlich auch immer interessant zu sehen, wo schaut denn da der Fuchs drauf? Weil offensichtlich, wenn wir hier oben schon mal reingeguckt haben, kann ich dir auf jeden Fall schon sagen, hier laufen Dinge falsch. Hier ist das Buch geschlossen. Er weiß aber nicht so wirklich, war das jetzt eigentlich richtig, was ich vielleicht in geistiger Umnachtung oder im Affekt oder im Streit oder in einem Missverständnis oder was es alles gibt, gesagt und getan habe. Die Ernüchterung macht sich breit und ich stelle fest, oh, also so sicher bin ich mir jetzt eigentlich nicht, dass ich dieses Kapitel geschlossen habe. Unsicherheit, Entscheidungen liegen da, Wege, die er geht. Hier steht die Entscheidung, ihr jetzt noch aus, bleibt das zu oder nicht? Der Fuchs sagt mir jetzt zumindest schon mal, ja, ja mei, da läuft er über irgendwas falsch. Was hat er denn getan? Und da ist der Turm, okay, den hatten wir ja letztens erst. Also der Turm, das ist auch die Karte für Rückzug und Trennung, ja. Das ist aber auch so eine Karte, wo ich sage, da kann man auch gerne mal reingehen in den Turm. Also auch du kannst gerne mal in den Turm gehen und kannst reflektieren. In Ruhe, in Abgeschottenheit, sagt man das so? Ich glaube, ich habe heute Wortsalat, seht es mir nach, in Abschottung. Also nimm dich zurück, nimm dich raus, mach dir Gedanken über Dinge, die dich stören, die du ändern möchtest, die dich belasten. Aber wenn der Fuchs hier auf den Turm schaut, heißt es eigentlich schon auch so viel, dass in seiner Energie klar ist, es war nicht richtig, sich zurückzuziehen. Also das ist eigentlich so eine klassische Kombination. Hier war es nicht so ganz richtig, sich zu trennen, weil der Turm eigentlich ja, wie gesagt, Rückzug, Trennung ist, um der Fuchs, wenn da immer irgendwo drauf schaltet, schaut, soll ich abschalten? Oder könnt ihr mich noch verstehen? Also, dass hier irgendwas falsch gelaufen ist. Ist ja nicht schlecht für uns. wenn wir hier schon mal sehen, kommt da ein Neubeginn nochmal rein, dass er noch nicht sicher ist, dass das vorbei ist, dass er sieht, es ist falsch, sich zurückgezogen zu haben. Von daher, ja, wollen wir gleich nochmal schauen, was wir da sonst noch für eine Karte kriegen. Patrick und der Wortsalat. Teil 1. Also bitte noch eine Karte. Okay. So, und da würde ich jetzt gerne schwängern. Schau. Das ist die Karte der Entwicklung. Es entwickelt sich was, es entsteht etwas. und wenn ich mir diese drei Karten eigentlich jetzt hier so anschaue, wird mir schon einiges klar. Ich als Mann kann das auch bestätigen, dass man ein Kapitel schließt, denkt sich, ach, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will jetzt meine Ruhe, ich will jetzt Single sein und dann denkt man sich, naja, Moment mal, so toll ist das jetzt eigentlich gar nicht und es entwickelt sich ein Zustand, wo man merkt, ah, dieser Rückzug, diese Trennung war wahrscheinlich irgendwie der falsche Weg. Also wenn ich jetzt in die Karten rein frage, gibt es da einen Neubeginn? Sind wir ja eigentlich schon mal auf einem guten Weg, weil wir hier festgestellt haben, dass sich da jemand ja noch nicht so ganz sicher ist, was er da eigentlich jetzt getan hat. So, da haben wir schon die nächste Karte, jetzt geht es ja schneller. Wir haben eine der schönen Zusatzkarten bekommen. Was ist das, ein Habicht, ein Bussard, ein Falke? Können wir mal in die Kommentare schreiben. Ich kann nur die Karte, das ist so dunkel. Jetzt hat ein Vogel. Diese Karte steht also auch für die Vogelperspektive. Nicht Vögelperspektive, sondern Vogelperspektive. Wenn man sich Dinge mal von oben anschaut, und das ist ja auch eine Kunst, zu sagen, also viele Menschen sind immer in Themen drin, blicken nicht mehr durch, weil es einfach zu viel geworden ist. Da ist es auch eine Kunst, zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt raus aus dieser Situation, ich verlasse diese Situation und schaue dann mal am Tag danach oder so von oben drauf. Wie bin ich? Wie wirke ich? Wie sieht diese ganze Situation für mich aus? Was habe ich getan? Ich merke, dass sich das nicht richtig anfühlt. Also das ist schon mal eine gute Karte eigentlich jetzt in Bezug auf die Frage des Readings, dass man hier sieht, er schaut nach, er möchte gerne eine Rundumschau haben. Also wo man sich anschaut, dich anschaut, die Partnerschaft anschaut, vielleicht auch mal anschaut, was ist denn eigentlich geschehen? Was ist ja eigentlich passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich muss aus dieser Partnerschaft gehen, wenn sie mir doch jetzt fehlt. Noch mehr Vögel. Jetzt ist er nicht nur gut zum Vogel, jetzt ist er gut zu Vögeln. Also, ja, jetzt bin ich beim Vögeln ausgestiegen. Das ist die Karte des Gedankenkarussells. Summ, summ, summ. Viel, viel denken, viel, viel grübeln, viel, viel nachdenken. Da passt der Vogel und die Vögel passen eigentlich ganz gut zusammen, wenn ich jetzt mal reinschaue. Was ist geschehen? Was ist Stand? Was hat er gerade vor? Er schaut sich die Dinge von oben an und hat hier ein Gedankenkarussell. Diese Karte kann natürlich jetzt zustande gekommen sein, weil ich hier oben schon gesehen habe, das Buch ist eigentlich noch gar nicht richtig zu. Vielleicht will er das Buch ja zu pressen und zu matschen und klappen und sagen, geh in die schwarze, dunkle Kiste rein, ich will es verdrängeln. Aber das Buch ist stark. Das Buch ist mächtig und es geht immer wieder auf. Und er sagt immer wieder, Mensch, bleib doch einfach zu. Oder ich glaube langsam, ich müsste mir das Thema nochmal anschauen, weil so verdrängeln kann ich es irgendwie auch nicht. So, ich schaue mal weiter, was wir noch kriegen. Wir wollen ja wissen, ob er nochmal wiederkommt. Das ist kein Gemälde von Picasso. Auch das ist eine schöne Zusatzkarte. Hier geht es um die Zwischenwelt. Die Zwischenwelt ist eine Karte, die dafür steht, wenn man zwischen den Stühlen sitzt. Na, wenn man nicht weiß, ja ist dies jetzt gut oder das jetzt gut. Ich dachte eigentlich, mir geht es gut ohne dich. Kann mein Weg gehen. Kann der Oberbabo im Club sein. Bin ich ja jetzt auch gar nicht. Komisch, komisch. Mir fehlt auch dazu obendrein noch irgendwas. Ich sitze jetzt hier so zwischen den Stühlen und das macht ihm ein gewaltiges Kopfkino, dass er nicht mal weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich vorne und hinten. Wo geht denn eigentlich jetzt mein Weg lang? Und vor allem, das Interessante ist ja immer, das vergisst du auch. Es kann natürlich auch sein, dass er sich gar nicht sicher ist, ob du ihn wieder nimmst. Weil das würde ja für das Ego der Overkill sein, wenn er jetzt sich bemüht, auf dich zuzukommen und du willst ihn ja gar nicht mehr. Du sagst dann, also pass mal auf Kollege, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst. Du hast Schluss gemacht und wenn Schluss ist, ist Schluss und ich bin jetzt schon auf meinem eigenen Weg unterwegs. Ciao Kakao. Na, dann hast du diesen Mann gebrochen. Das ist natürlich auch etwas, was einem Mann durch den Kopf geht. Also diesen Tipp kann ich dir als Mann auch noch geben, dass viele Frauen das vergessen, dass der Mann vielleicht auch nicht wieder zurückkommt, weil er denkt, ja, was ist denn, wenn die mich jetzt dann abblitzen lässt? Oder ich lande in der Rolle der Bedürftigkeit. Auch eine ganz schlechte Situation. Ja, aber wir wollen ja schauen, was wir sonst noch sehen. Ah ja. Ja, wir haben ein Pferd. Also wir haben jetzt einen Vogel, wir haben einen Fuchs und jetzt haben wir auch noch ein Pferd. Gemeinhin bekannt, die Karte der Reiter. Der Reiter, gute Nachrichten, schnelle Nachrichten, positiver Aufbruch, positiver Ausgang. Also ich sehe hier an der Karte, tut sich dahingehend irgendwas. Da sind wir doch mal ehrlich, alle beide. Na, wenn wir mal hier reinschauen und diese Karten, also ich möchte in seiner Haut nicht stecken. Na, also da ist wirklich Handlungsbedarf. Oh, Handlungsbedarf. Guter, guter Name für einen Titel. Wartet. Handlungsbedarf Neubeginn. Ich bin ein alter, verwirrter Mann, ich muss mir Dinge aufschreiben. Kennst du das? Dir fällt während du irgendwo bist irgendwas ein, findest das ganz toll und zehn Minuten später weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. Also mir geht es zumindest immer so. Ich sehe aber hier einen positiven Aufbruch oder gute Nachrichten zumindest. Ja, für wen oder für was es gute Nachrichten sind, das wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Aha, okay. Das ist ein Knoten. Also wir haben hier wieder ganz viele lösungsorientierte Karten im Deck, haben wir das festgestellt. Hier braucht es eine Lösung, hier braucht es eine Entscheidung, hier muss was gelöst werden, hier schaue ich mir was von oben an, was habe ich mir als Titel aufgeschrieben? Handlungsbedarf. Vielleicht nehme ich das auch mit rein, aber es gibt gute Nachrichten in Bezug auf den Knoten, also das hier ist ja alles ein einziger Knoten, wo er da gerade drin ist, um etwas zu lösen. Vielleicht hat er ja einen Plan, L-Plan, kann ja sein, dass er sagt, gut, also so kann es jetzt für mich nicht weitergehen. Vielleicht denkt er auch gerade darüber nach, was du gerade tust, was du machst, ob du schon einen anderen hast oder ob du jemanden kennengelernt hast und so weiter. Diese Gedanken, die wir ja alle kennen, vielleicht spielt sich das auch in seinem Kopf ab. Deswegen, wir haben ja hier auch das Gedankenkarussell bekommen. Aber in den Tendenzen sieht man schon, da gibt es gute Nachrichten in Bezug auf seinen Knoten. So, auf seinen Knoten. Ich höre mich an wie so ein, wie ein Allgemeinarzt. Die Nachrichten. Also gut, ich kann dir jetzt nicht sicher sagen, ob er noch, ob er wieder zurückkommt. Aber ich kann dir sagen, wir haben hier noch die Uhr. Es ist an der Zeit, dass hier Kommunikation entstehen kann bei euch beiden. In diesem Liebestarot, in diesem Liebesorakel, sehe ich, dass aus diesem Zustand, in dem er gerade ist, einfach vorne und hinten nichts mehr wird. Das heißt, hier entwickelt sich der Zustand, da läuft was falsch. Ich habe was falsch gemacht. Ich kann dieses Buch nicht schließen. Ich habe Kopfkino. Ich sitze zwischen den Stühlen. Und hier der Knoten ist ganz wichtig, eigentlich die Karte, ja, weil man sieht hier sehr schön, er hat das geschlossene Buch im Kopf, hat aber den Knoten auch noch mit in seiner Reihe liegen, wo ich dir sagen kann, das passt für ihn nicht, das ist nicht stimmig für ihn. Also von daher ist es Zeit, in die Kommunikation zu gehen. Ob es den Neubeginn gibt, hängt natürlich auch von dir mit ab. Na, ob du das willst, wie du das willst, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ich drücke dich, schicke dir ganz viel Licht und Liebe, bleib gesund, seid lieb zueinander und vergesst das Gewinnspiel nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus.